Einen ganz herzlichen Dank und großen Applaus bitte für unser Kölner Trio Glitter und Gold, die das heutige Ribbon-Cutting so stimmungsvoll begleiten. Vielen herzlichen Dank, das ist euer Applaus. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ja und somit wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren und ganz herzlich willkommen, liebe Messebesucher zur Dachbund Holz International 2018. Mein Name ist Linda Daskewitz und ich habe die große Ehre heute durch diese Eröffnung zu führen und in wenigen Augenblicken ist es soweit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Dachbund Holz International, das ist ja der Spitzentreff der Dachdecker, der Zimmerer, der Klempner, der Architekten und auch natürlich der Immobilienbranche aus ganz Europa. Wir sind sehr stolz darauf, diese Messe hier bei uns in der wunderschönen Domstadt präsentieren zu dürfen mit über 550 Ausstellern aus über 30 Ländern hier bei uns in Köln. Seien Sie also gespannt, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf jede Menge Trends, auf jede Menge Innovationen und auch technische Entwicklungen aus der Branche. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue ich mich sehr zur gemeinsamen Begrüßungsansprache, jetzt geht's los, den Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V., Herrn Dirk Bollwerk, auf die Bühne zu holen. Applaus bitte für Herrn Bollwerk. So wie dem Vorsitzenden der Holzbau Deutschland, Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. Applaus bitte für Herrn Peter Eicher. Applaus an Sprache und jetzt freue ich mich sehr, Herrn Dieter Dorf vorzustellen, auf die Bühne zu bitten, mit einem großen Applaus bitte. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung GHM Gesellschaft für Handwerksmessen MbH. Bitteschön, Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank an dieser Stelle. Ich bin Vertreter. So, ladies and gentlemen, es ist vollbracht und somit heiße ich offiziell und feierlich die Messe Dach und Holz International 2018 für eröffnet. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Messetage, machen Sie gute Kontakte und ich wünsche Ihnen viel Spaß, machen Sie es gut, danke schön, auf Wiedersehen. Applaus 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 Applaus